Ich wollte euch heute ein bisschen was über Linux CNC erzählen, geht halt um Werkzeugmaschinen und wie man die mit Linux steuern kann. Ich habe mal einen runterkopiert von der Linux CNC Webseite, da steht was das Ding eigentlich ist. Also es geht um ein komplettes Software-System in Framework, da geht es nicht nur um ein Programm, sondern mehrere Programme, die interagieren, passende Kerne und Module, damit man in Echtzeit so eine Werkzeugmaschine steuern kann. Es gibt relativ viele Dinge, die man mit dem Linux CNC machen kann. Das bringt halt schon von Natur aus mit relativ viele verschiedene User-Interfaces für verschiedene Anwendungen auch, die sind teilweise historisch gewachsen, etwas älter, grafische Interfaces, auch Text-Interfaces. Der zweite Punkt, der hier steht, das ist eigentlich der wichtigste und zwar ein Interpreter, der diese Maschinensprache liest und dann entsprechend in die Bewegung der Maschine übersetzt. Der Motion Planner steht hier als nächstes drauf, da geht es halt auch darum, in welcher Reihenfolge wie diese Bewegungen ablaufen, wie macht man das clever, man muss Beschleunigungen berücksichtigen und solche Dinge. Das ist da alles mit drin. Hier haben wir ein paar Bilder, wie so CNC-Maschinen aussehen können. Da oben rechts ist so ein Plasmatisch. Da kann man sehen, dass an dieser Portalmaschine, sagt man auch dazu, da ist halt ein Plasma-Torch dran, mit dem kann man dann Stahlplatten und ähnliches durchbrennen. Das ist quasi eine XY-Geschichte. Das wäre eine kleine Drehbank, sowas lässt sich auch mit CNC-Steuern. Interessant ist, hier sieht man so ein Parallelport-Kabel, da komme ich später noch drauf und dann kann das Ganze natürlich auch ein bisschen größer gehen, hier so eine Knie-Mill, sagt man dazu, also Knie-Stock, ich kann es weiter weg machen, dann ist es besser, nicht so übersteuert, ah, okay, sorry, Knie-Stock-Fräse, sagt man auch dazu, die hat man halt häufig, um irgendwelche Metallarbeiten zu machen. So sieht normalerweise das Setup von so einer Maschine aus, das ist jetzt auch im Prinzip das Gleiche, da ist jetzt im Obenrechten steht diese Tool-Direction, das ist in welche Richtung sich das Werkzeug bewegt und die Maschine hat quasi die Richtung genau andersrum. Wenn man quasi aus Werkstückssicht guckt oder aus Werkzeug-Sicht, die bewegen sich ja relativ zueinander, dementsprechend sind die Koordinaten dort gedreht. Es gibt bei dieser Sache auch so eine rechte Hand-Regel, also wenn man jetzt hier dieses Tool-Direction guckt mit XYZ, das ist halt auch dann hier XYZ, das ist quasi immer ein festes Koordinatensystem, in dem man dann entsprechend arbeiten kann. Dann gibt es dann noch drei Drehachsen dazu, A, B und C-Drehachse, die man üblicherweise definiert, die dann entsprechend um die XYZ-Achse sich drehen. Das ist auch hier, die A-Achse ist mal hier dargestellt. Für eine Drehbank gilt ein bisschen was anderes, da gehe ich jetzt hier im Detail aber nicht drauf ein. Das ist jetzt eine einfache Kinematik, also im Prinzip, man hat für jede Achse auch einen Antrieb und der bewegt sich auch in diesen kathesischen Koordinaten exakt entlang dieser Achse. Es gibt aber auch Maschinen, bei denen ist das nicht so. Das sind Maschinen mit nicht-rivialer Kinematik. Im linken Bereich hier sieht man mal eine, das sind im Prinzip diese zwei Schlitten, können sich bewegen, unabhängig voneinander. Wenn man beide gleich bewegt, bewegt sich oben der kontrollierte Punkt, das ist dieser Pin, der da oben dranhängt, der bewegt sich dann in der X-Richtung und wenn man in der Y-Richtung bewegen will, dann muss man die beiden relativ zueinander bewegen. Das lässt sich relativ einfach mathematisch modellieren, kann man darstellen. Ähnliches gilt für so ein Hexapod-Design. Das hat jetzt sechs Antriebe und damit kann man auch sechs Freiheitsgrade abbilden. Also man kann sich in den XYZ-Raum bewegen und auch drei verschiedene Translationen noch dazu machen. Das geht eigentlich alles relativ stressfrei, auch mit Linux-CNC. Wie werden jetzt diese Motoren angetrieben? Da hat man relativ häufig Schrittmotoren für. Die haben halt den schönen Vorteil, man macht einen Schritt und hat eine feste Umdrehungszahl dazu. Das heißt, man kann sehr genau festlegen aufgrund der Anzahl der Schritte, wo die Maschine jetzt wirklich steht. Für die entsprechenden Achsen braucht man dann jeweils einen Treiber. Das ist jetzt mal hier im rechten Bereich ein Beispiel, wie der Elektronikschrank für so ein System aussieht. Da sind vier Schrittmotor-Endstufen drin. Das sind hier oben die vier und man sieht auch die vier Kabel, die da rausgehen zu den Schrittmotoren. Und dann sind da noch Netzteile drin. Hier zwei Stück. Und das hier ist auch nochmal so ein Parallelport-Kabel. Das ist nämlich so, dass so ein normaler PC-Parallelport tatsächlich ausreicht für einfache CNC-Maschinen direkt zu steuern. Das ist ganz angenehm. Man braucht keine Spezial-Hardware dafür. Netzteile ist im Prinzip ideal Standard-Zeugs. Das ist also Commercial, Off-the-Shelf, Part, bekommt man einfach überall zu kaufen. Und gleiches gilt auch für diese Schrittmotor-Endstufen. Die bekommen im Prinzip, um die zu steuern, einfach nur immer einen Puls rein und dann machen die einen Schritt. Und dann gibt es noch einen Puls, um die Richtung umzuschalten. Da steht auch Step-Deal-Control. Das ist im Prinzip dieses Kontrollverfahren. Man braucht zwei Pins. Der Parallelport hat direkt mal 8 für das normale Dateninterface. Das heißt, da kann man vier Achsen direkt anklemmen. Und an die anderen Pins kann man dann noch Endschalter und sowas dran machen. Schrittmotor, habe ich am Anfang gesagt, ist ganz nett zu benutzen, weil es einfach ist. Die haben allerdings den Nachteil, dass sie relativ wenig Drehmoment haben, wenn sie schnell werden. Das ist Nummer eins. Und Nummer zwei ist, wenn man Microstepping macht. Also nicht volle Schritte mit so einem Schrittmotor fährt, sondern Teilschritte. Diese fertigen Schrittmotortreiber, die unterstützen das alle von Natur aus. Kann man ganz grob sehen, hier sind so Dippschalter dran. Da lässt sich das einstellen. Und hier in dem Graph habe ich mal dargestellt, wie gut das Drehmoment von so einem Schrittmotor noch ist, wenn man den auf Microstepping-Modus schaltet. Hier ist, das kann man jetzt überhaupt nicht mehr lesen, bei 16 Mikroschritten, ich gehe hier hin, bei 16 Mikroschritten hat er nur noch weniger als 10% von seinem Nenn-Drehmoment. Das ist schon relativ wenig. Also da muss man dann entsprechend aufpassen, dass die Antriebe noch genug Leistung haben. Weil was Schlimmes passieren kann, ist, dass der Schrittmotor Schritte verliert. Also ich gebe dem Treiber den Impuls, sag mal einen Schritt und der Motor versucht den auch auszuführen. Aber wenn ich den mechanisch festhalte, weil vielleicht auch die Maschine klemmt, jemand hat es festgehalten, einen Keil reingemacht oder die Antriebsleistung reicht einfach nicht, dann ist der Schritt verloren. Aber der Schrittmotortreiber, der sieht das nicht, der weiß das nicht. Dementsprechend weiß auch der Controller, also die Software, die das Ganze bedient, nicht, wo die reale Position jetzt wirklich ist. Deswegen sagt man dazu auch Open-Loop-System. Es gibt keine Rückkopplung von der eigentlichen Position. Ich mache einen Schritt und gehe davon aus, dass die Position sich verändert hat, muss aber nicht zwingend so sein, wenn die Mechanik was dagegen hat. Um das ein bisschen besser zu machen, gibt es Servo-System. Ah, nee, noch eine andere Folie dazwischen, Entschuldigung. Genau, das ist der StepConf Wizard. Damit kann man so eine Maschine sehr einfach einstellen. Also da kann man sehen, das ist dieses Parallel-Port-Setup. Und da kann man direkt einstellen, auf welchem Port-Pin welche Funktion ist. Das lässt sich zusammenklicken und danach läuft die CNC-Maschine. Das ist eine sehr nette Geschichte. Man stellt halt alle möglichen Parameter in. Da sind diese Step-Time, Step-Space. Das sind physikalische Parameter, die diese Schrittmotortreiber haben. Stellt das ein, dann geht es los. Jetzt kommt, glaube ich, die Folie zu den Servos. Genau. Ein Servo sieht ein bisschen anders aus als ein Schrittmotor. Das ist vom Kontrast ein bisschen schlechter, aber man sieht, dass da zwei Kabel dran sind an dem Servo-Motor. Das eine ist das für die Energie, für den Motor auch wirklich loslaufen zu lassen. Und das hintere Kabel, das hier kommt, da sieht man auch, das hat ein bisschen breiteren Stecker. Da ist ein sogenannter Encoder dran. Der Encoder macht im Prinzip nichts anderes, als nochmal rückzumessen, wo die Welle jetzt wirklich steht. Das ist teilweise sehr genau. Die liefern bis zu 2500 Impulse pro Umdrehung. Das ist so etwa der Industriestandard, den man da hat. Und damit kann man halt wirklich wissen, wo der Motor steht. Die haben dann allerdings keine so einfachen Treiber mehr. Da hat man dann solche Interface-Karten als Servo-Treiber. Normalerweise besorgt man die sich so, dass die zum Motor passen, optimalerweise. Das ist eigentlich auch ein Standardteil, den man so aus der Automatisierungstechnik rausbekommt. Und die lassen sich auch, wenn man möchte, mit diesem Step-Deer-Interface betreiben, wenn man möchte. Also man gibt den immer Schritten rein und der bewegt sich entsprechend. Mit Linux-CNC läuft das optimalerweise, also das geht, ist aber nicht unbedingt die beste Wahl. Man kann diese Dinge nämlich proportional steuern und damit dann entsprechend auch sehr hohe Geschwindigkeiten erreichen. Ist allerdings auch deutlich teurer, so ein Servo-Setup. Schrittmotortreiber bekommt man um die 50 Euro bei Ebay nachgeworfen, Schrittmotor auch. Und allein so ein Servotreiber kostet etwa 500 Euro. Wie funktioniert jetzt so ein Servo? Ich habe eben schon gesagt, so grob, man hat dieses Feedback. Und ja, im Prinzip, man hat den Power-Verstärker, das war das Servo-Drive gewesen. Der treibt den Motor an und das Feedback-Device wäre halt dieser Encoder. Und das verrechnet man mit der Position, die man haben möchte. Das ist oben dieser Summier-Verstärker und stellt dementsprechend das Ausgangssignal von dem Verstärker ein. Das ist eine PED-Regelschleife, die man üblicherweise dafür nimmt. Da werde ich jetzt im Detail nicht weiter drauf eingehen. Das kann man sich in der Regelungstechnik-Vorlesung mal anschauen. Im Prinzip geht es aber, die Kernaussage ist hier, man regelt exakt die Position. Im Vergleich zum Schrittmotor schätzt man die Position. Und hier hat man wirklich das Feedback dazu. Das ist für entsprechende CNC-Maschinen, die schnell sein wollen und die große Lasten fahren, braucht man sowas eigentlich. Damit man so Sachen auch steuern kann, braucht man viele Ein- und Ausgabeports am Computer dran. Dann reicht so ein Parallelport unter Umständen nicht mehr aus. Und da gibt es natürlich mehrere Sachen. In der Linux-CNC-Community hat sich diese Anything-IO-Karte durchgesetzt. Von der Firma Mesa-Elektronik. Das ist im Prinzip einfach eine PCI-Karte, steckt man rein, gibt einen Linux-Treiber dafür. Und da ist ein FPGA-Chip drauf. Der kann relativ viel, relativ schnell Bits hin- und herschieben. Und das macht man sich auch an der Sache zunutze. Und das ist die Basiskarte und dann gibt es quasi solche Breakout-Karten. Hier mit den Schraubenterminals, dort kann man dann direkt entsprechend seiner Hardware anschließen. Man sieht, das sind schon sehr viele. Da passen wirklich viele Sensoren und Aktoren dran an der Stelle. Ist halt ein kommerzielles Produkt auch. Die Firmware, die auf dem FPGA läuft, die ist Open Source, aber die Karte selbst halt nicht. Ist aber vertretbar vom Preis, die kostet 100 Euro etwa. Das ist mehr oder weniger der Standard, aber es spricht auch gar nichts dagegen, was Eigenes zu bauen oder mal was anderes auszuprobieren. Jetzt habe ich ein bisschen darüber erzählt, wie diese Antriebe funktionieren. Und als nächstes komme ich dazu, was mag ich denn eigentlich mit der Maschine machen. Also ich mag hier eine Bewegung steuern. Wie sage ich der, wo sie sich hinbewegen soll? Da gibt es den sogenannten G-Code. Der ist standardisiert, gibt es schon seit Ewigkeiten. Also wer so ein Tabellbuch Metall unter Umständen hat von vor 30 Jahren, da stehen auch diese Befehle schon drin. Ich habe es jetzt nicht nachgeschlagen, wie lang es das wirklich gibt. Ist herstellerübergreifend ein Standard? Das heißt, wenn man sich jetzt irgendwie eine CNC-Maschine von Fanuc, Okuma, was auch immer fixenfertig kauft, die programmiert man genauso. Es gibt ein paar herstellerspezifische Codes, da komme ich gleich noch drauf. Ich wollte jetzt mal grob so erklären, wie so ein CNC-Programm aussieht. Dass man sich das vorstellen kann. Das Prozent, das ganz oben steht, das ist halt Start der Datei. Und dann kommen mehrere Codes auf einer Zeile. Die fangen immer mit einem Buchstaben an und dann eine Nummer hinterher. Das heißt G-Code, hauptsächlich deswegen, weil dort immer so ein G vorne dran steht bei den meisten Dingern. Das G21 heißt, wir programmieren die Maschine in Millimeter. Wenn da G20 stehen würde, wären es Inch. G40 und G49, die löschen Offsets. Und zwar gibt es noch Werkzeugbahnkorrektur. Und ja, es ist hauptsächlich Werkzeugbahnkorrektur. Man kann nämlich nicht nur programmieren, wo das schlecht erklärt. Das Werkzeug selbst hat ja einen Durchmesser. Fange ich mal so rum an. Und den Werkzeugdurchmesser muss ich bei der Programmierung berücksichtigen. Und das macht die Software teilweise automatisch. Und hier sage ich dir, naja, mach das mal komplett weg. Ignoriere den Werkzeugdurchmesser. Dann kommt ein M-Code, M6. Der heißt Lad ein Werkzeug. Es gibt Maschinen mit automatischen Werkzeugwechslern. Und T1 heißt dann tatsächlich Tasche 1. Das heißt, er legt das Werkzeug aus Tasche 1 dort rein. Das passiert tatsächlich dann in Real auch, dass dann der Werkzeugwechsler vorfällt und das exakte Werkzeug dort einlegt. G17 sagt, dass ich in der XY-Ebene arbeiten möchte. M7 macht, glaube ich, die Sprühkühlung an. Diese M-Codes sind hauptsächlich immer für Dinge, die eigentlich nichts mit der Bewegung zu tun haben, sondern für drumherum. Und G-Codes sind zur Bewegung. Und dann geht es los mit G0. Und dann kommen Koordinaten. G0 heißt tatsächlich, fahr auf diesen Punkt. Das heißt, er fährt jetzt auf Z 40 Millimeter exakt hin. Und sobald er diesen Befehl abgeschlossen hat, geht er auf den nächsten. Das läuft wirklich sequenziell. Dann fahre ich auf X0, Y0. M3 ganz am Ende heißt Spindel anschalten und S sagt, wie schnell die Spindel laufen soll. Das ist die Umdrehungszahl vom Werkzeug. Und dann geht es hier nochmal weiter mit zwei G0-Befehlen, wo ich einfach nochmal Koordinaten abfahre. Und der letzte ist der G1-Befehl. Das ist auch eine Bewegung, allerdings ist das eine Schnittbewegung. Das ist eine wirkliche Bearbeitungsbewegung. Und das erkennt man auch daran, dass hier ein Vorschub steht. F heißt Feed Rate. Das wären jetzt hier 600 Millimeter pro Minute Vorschub, mit dem die Maschine fährt. Die G0, da sagt man, das sind Position Movements. Die sind nicht im Material, nicht zum Schneiden. Die führt die Maschine immer mit der maximal möglichen Bewegungsgeschwindigkeit aus. Das macht man dann, wenn das Werkzeug außerhalb vom Material positioniert werden soll. Und danach kommen dann die G1-Bewegungen, die im Material sind, die dann spanend, abtragend laufen. Linux CNC kann noch ein bisschen mehr als diese normalen G-Codes. Tatsächlich ist es so, dass der G-Code-Interpreter von Linux CNC Turing-Complete ist. Kann jetzt gut oder schlecht sein, kann man drüber streiten. Es gibt diese sogenannten O-Codes. Da steht halt ein O vorne und kein G. Die sind nicht standardisiert. Das heißt, eigentlich hätte ich da oben auf der Folie das RS274 rausstreichen müssen. Man kann Subroutinen aufrufen, Verzweigungen machen, schleifen. Ein sehr interessantes Feature ist indirekte Aufrufe. Die Raute zeigt an, dass ich eine Variable an der Stelle auslese. Also man kann auch Variablen verarbeiten in diesem G-Code. Das kommt auf der nächsten Folie, glaube ich, mehr zu. Ja, hier unten. Arithmetik. Also ich kann Variablen zuweisen, berechnen, Dinge machen dazu. Dann gibt es M-Codes, hatten wir schon gesagt, ist für generische Dinge mit der Maschine zu steuern. Ich kann direkt mit so einem M-Code ein externes Skript aufrufen und irgendwelche Dinge ablaufen lassen. Für Sachen, die ich nicht direkt an der Maschinensteuerung beispielsweise dran habe. Sehr häufig sieht man das bei so 3D-Druckern. Die kodieren die Temperatur als M-Code. Da steht dann meistens so M101 leer 280. Das heißt, mach den Heizer auf 280 Grad. Ja, dann gibt es so Späße. Man kann mit Print tatsächlich Sachen auch ausgeben während dem Programmlauf. Ja, und auch während der Laufzeit mit diesem G10-Code die Koordinatensysteme transformieren. Das ist ein sehr nettes Feature und das bieten halt kommerzielle Maschinensteuerungen in dieser Art und Weise nicht an. Dann habe ich eine kurze Folie gemacht zu diesem Trajectory Planner. Und zwar geht es bei der Geschichte darum, wenn ich eine Bewegung programmiere. Also zum Beispiel, die Maschine steht bei 0,0 im Ursprung und dann programmiere ich G0, X, 10. Das heißt, die fährt mit maximaler Geschwindigkeit zur Position 10 hin. Dann muss sie zuerst beschleunigen. Dann fährt sie ein Stück konstante Geschwindigkeit und wird nochmal langsamer. Das soll die blaue Linie hier darstellen. Und die grüne Linie soll darstellen, was der eigentliche Weg ist. Hier, in dem oberen Beispiel, ist programmiert beispielsweise G0, X, 10 und als nächste Bewegung G0, X, 20. Das heißt, das ist im Prinzip ein kontinuierlicher Move von 0 bis 20 durchgehend, aber in der Mitte ist ein Stopp. Da ist jetzt die entscheidende Frage, soll die Maschine wirklich stoppen an der Stelle oder soll die durchgehend fahren? Normalerweise könnte man denken, man möchte, dass die durchgehend fährt und dementsprechend kann dieser Chemdetektor, der eingebaut ist, diese beiden Bewegungen zusammenbasteln und macht da eine durchgängige Bewegung draus. Also einmal beschleunigen, fahren, am Schluss nochmal langsamer werden bei der Geschichte. Das kann man auch einstellen, ob man das so haben möchte. Also es gibt diesen Exact Stop Mode. In dem Fall würde die Maschine wirklich zur ersten Position fahren, anhalten und dann zur zweiten fahren. Oder man schaltet halt diesen Blend Mode ein, in dem Bewegungen ineinander übergehen und hat dadurch vor allem den Vorteil, dass das deutlich schneller ist. Wenn man nach jeder Bewegung einmal stoppen, also jede Bewegung hat einen Start und einen Stopp immer mit drin und der ist relativ langsam, je nachdem, wie die Geometrie der Maschine ist, wie schnell die Motoren sind. Das ist ein limitierender Faktor bei der Produktivität von so Dingern. Dementsprechend möchte ich haben, dass Bewegungen so fließend wie möglich ineinander überlaufen. Und da ist dieser Blend Mode auch ganz nett. Den sieht man hier ganz nett auf dem Bild. Ich dachte am Anfang, das wäre ein Fehler, aber das ist eine Einstellungssache. Also ich wollte hier auf diesen Linien mit der Maschine fahren, wo diese exakten rechten Winkel sind. Und normalerweise würde das so aussehen, die Maschine fährt bis hierhin, stoppt und fährt hier weiter. Das ist langsam und dieser Blend Mode führt tatsächlich dazu, dass man hier so eine leichte Kurve fährt. Und das macht diesen Übergang schneller. Allerdings ist das Teil, was hinterher rauskommt, nicht das, was ich haben möchte. Das ist ein bisschen nachteilig. Das kann man mit diesem G64-Befehl und G61, den ich auf der vorherigen Folie hier hatte, dann einstellen, ob ich diesen exakten Modus haben will oder ob ich diesen Blend Mode haben will. Und ich kann da auch eine Toleranz einstellen, inwieweit das Ding abweicht. Bei vielen Teilen sage ich ja auch, naja, Zehntel mehr oder weniger ist mir egal. Muss ja nicht passen so exakt. Und dann kann ich mit diesem G64-Befehl die Toleranz auf den Zehntel Millimeter stellen und gewinne dadurch halt deutlich Geschwindigkeit gegenüber dem exakten Modus. Der Screenshot hier zeigt auch direkt, wie die Benutzeroberfläche aussieht oder eine der vielen Benutzeroberflächen. Die heißt Axis. Das ist die, die standardmäßig auch aktiviert wird. Man sieht, hier ist so dieses G-Code-Fenster, wo der Programmcode drin ist. Das hier ist ein Vorschaufenster und gleicht sich auch in ein sogenanntes Backplot-Fenster. Backplot in dem Sinne, die Vorschau ist, hier wollte ich eigentlich langsfahren und Backplot das Rote, wo ich tatsächlich langsgefahren bin. Das unterscheidet sich ja teilweise, haben wir gerade gelernt. Man kann ein bisschen die Ansichten umschalten, was man genau sehen will. Oben links in dem Vorschaufenster sieht man auch die Positionen, wo die Maschine sich gerade befindet. Velocity, Geschwindigkeit, DTG, Distance to go, bis der nächste Bewegungsbefehl abgeschlossen ist und hat noch ein paar Möglichkeiten, hier irgendwie die Geschwindigkeiten des Ablaufs von dem Programm anzupassen. Was haben wir als nächstes? Ganz viele andere Oberflächen noch. Das war eine der ersten TK-Oberfläche. Sieht auch nicht ganz so hübsch aus. Viele erkennen das Toolkit vielleicht, dass das benutzt wurde. Und da sieht man auch, dass der Backplot ist auch noch um ein externes Programm ausgeführt. Das war damals nicht zusammen. Eine relativ neue Geschichte ist hier das Interface in dem Kasten. Das ist Touchy, heißt das. Das ist extra für Touchscreen-Bedienung ausgelegt, dass man halt keine Tastatur in der CNC-Maschine mehr braucht, sondern einfach auf den Monitor patschen kann, um seine Maschine zu steuern. So. Als nächstes wollte ich ein bisschen was drüber erzählen, wie die Software denn intern aufgebaut ist. Das ist ganz hilfreich, wenn man selbst sowas implementieren will, selbst eine Maschine in Betrieb nehmen will, um zu wissen, was greift da ineinander, wie funktioniert das zusammen. Das verteilt sich leider über drei Folien, weil es ein bisschen größer ist. Im Prinzip ist es so, wir haben vier Hauptprozesse, die sehr wichtig dafür sind. Halt eine Oberfläche, mit der man es bedient. Dann gibt es das EMC-Task. Dort läuft, das ist hier der Kasten, da läuft der Interpreter auch drin, der den SCI-Code analysiert. Und im Prinzip ist das hauptsächlich der Parser an der Stelle. Dann gibt es EMC-IO. Das ist für den Input-Output-Controller, der verarbeitet hauptsächlich diese M-Codes. Zum Beispiel Werkzeugwechsel und sowas. Und dann noch EMC-Mod. Das ist für Motion. Der EMC-IO-Part, der läuft nicht in Echtzeit. Muss er auch nicht. Ein Werkzeugwechsel, der kann ruhig mal eine Millisekunde länger dauern, stört mich nicht sonderlich. Der Motion-Teil, der läuft in Echtzeit. Weil Bewegungen sollten doch schon exakt dort anfangen und enden, wo ich das eigentlich geplant habe. So, das ist die versprochene zweite Seite. Da sieht man auch, im I.O.-Controller ist nicht sonderlich viel drin. Auf der linken Seite der Motion-Controller. Da sieht man vor allem, drin ist der Trajectory-Planner. Der nimmt quasi die Dinge, die aus dem G-Code rausgekommen sind und plant dann tatsächlich den eigentlichen Move. Das ist das, was ich eben mit diesen Motion-Blending-Sachen erklärt habe. Das ist auch dort drin. Dann kommt das Kinematik-Modul, das im Prinzip aus dem kathesischen Raum in den Maschinenraum übersetzt. Unter Umständen habe ich ja keine so einfache Geometrie der Maschine. Und dann geht das auf die Steuerung der jeweiligen Achsen. Das ist halt hier die Verzweigung. Also für jede Achse gibt es dann hier einen Block drin. Und das ist im Prinzip, ja, so viele Achsen, wie da drin sind. Und dort ist dann halt auch diese Regelschleife drin. Also es gibt ein Feedback von hier, wo die Position wirklich ist. Ah, nee. Positionsfeedback ist hier das. Geht hier in den Mixer, ins PID. Und dann nochmal zurück zum Antrieb. Hier oben kommt quasi die Soll-Position rein. Hier sind auch noch so Späße drin wie Backlash-Compensation. Das heißt, wenn man, meistens hat man ja so Antriebsspindeln zum Antrieb. Und die haben unter Umständen ein Spiel. Das heißt, wenn man die rechts rum dreht oder links rum, ist die Position ein bisschen anders. Das kann man vorhersagen. Das ist in diesem Interpolator noch mit drin. Die ganze Kommunikation, da steht oben Shared Memory Buffer, die läuft tatsächlich einfach nur über RAM, wo die ganzen Daten drin liegen. Da gibt es halt Interfaces, wie das Ganze abläuft. Das heißt NML. Das steht, glaube ich, auch noch da drauf. Ist aber eigentlich auch uninteressant, wie das jetzt heißt. Und dann diese ganzen Daten, die wir haben, die sind alle in einem sogenannten Hardware-Abstraction-Layer, werden die zusammengeführt. Da gibt es nochmal eine Folie zu. Da habe ich jetzt hingeschrieben, Plumbing-Layer. Das muss man sich so ein bisschen vorstellen wie so ein Steckbrett. Wenn man einfach irgendwelche Komponenten nimmt, aufsteckt und mit Kabeln verbindet, genauso funktioniert das in diesem HAL-Layer auch. Da gibt es eine Beschreibungssprache zu. Da habe ich gleich ein Beispiel zu. Und damit verbinde ich dann meine ganzen Komponenten. Und hinter diesem H-Layer sitzt dann am Schluss die tatsächliche Hardware, hinter den entsprechenden Interfaces. Also diese Mesa-Karte sitzt quasi im Prinzip da dazwischen und vermittelt dann quasi zwischen PC und den Sachen, die dort im Speicher liegen und tatsächlichen elektrischen Signalen, die dann hier an die Encoder gehen oder an die Verstärker und sonstiger Krams. Ganz wichtig hier sind Limit-Switches. Man möchte nämlich nicht haben, dass die Maschine irgendwo hinfährt, wo sie physikalisch nicht hin sollte. Und dort ist normalerweise auch immer noch ein Notaus verbunden. Sehr, sehr wichtiges Feature bei einer CNC-Maschine. Immer so einen roten Knopf, auf den man drauf hauen kann. Ein Beispiel zu diesem Hardware-Abstraction-Layer. Und zwar, was jetzt hier drin steht, ist eine Uhr, die Sekunden zählt. Und zwar Sekunden, seit das Programm läuft. Ist ganz nett, um zu überprüfen, wie lang ist jetzt mein CNC-Programm jetzt wirklich am Start. Da sieht man, ganz oben stehen Load RT. Damit lädt man ein Echtzeit-Modul. Da gibt es jetzt verschiedene Module. Ich habe so einen PWM-Generator, einen Encoder zum Zählen und einen Edge zum Kantenfinden. Dann der zweite große Block, der hier steht, ist AddF, AddFunction. Und zwar, nachdem ich das Modul geladen habe, muss es auch noch aufgerufen werden. Es gibt mehrere Echtzeit-Threads, die laufen. Und zwar den Base-Thread und den Servo-Thread. Die sind standardmäßig definiert. Und denen weise ich jetzt diese Funktionen zu und dass die auch aufgerufen werden sollen. Dann stelle ich ein paar Parameter von den Modulen ein. Und dann kommt hier unten tatsächlich der Part, wo ich die Module miteinander verbinde. Also ich mache ein Netzwerk, das heißt Run Timer. und ich habe hier einen Pin, der sagt, ob das Programm läuft. Und wenn das Programm läuft, aktiviere ich den PWM-Generator und das stecke ich außerdem noch in diesen Ecken-Diskriminator rein, der mal sagt, ob da eine Ecke rauskommt oder nicht. Den Ausgang von dem PWM-Generator packe ich in meinen Encoder rein. Der zählt im Prinzip einfach nur die Flanken, die da rauskommen. Und dann gibt es noch ein Reset-Symbol. Und zwar schlicht und ergreifend dann, wenn dieser Edge-Detektor, dem habe ich ja das Programm ist Running reingemacht. Sobald das quasi startet, dann resettet der den Encoder, dass der auch bei Null anfängt zu zählen. Und wenn ich mir jetzt quasi, das steht jetzt nicht drauf, es gibt halt auch noch Encoder.null.counts und dort stehen im Prinzip dann die Sekunden drin, seitdem das Ding läuft. Und dieses Verfahren, mit dem man halt diese Komponenten verbindet, klappt im Prinzip für alles. Also dieses, man verbindet alle möglichen Sachen im Linux-CNC auf diese Art und Weise. Und tatsächlich die Hardware-Pins, die man hat am Parallelport, kann ich genauso verbinden mit diesen Sachen. Dann gibt es, das war jetzt eine Möglichkeit, wie ich die Sachen miteinander verbinden kann. Es gibt dann noch das Classic-Leader. Ich selbst kenne mich so gut wie gar nicht damit aus. Leute, die SPS programmieren oder das aus der Automatisierungstechnik kennen, die können wahrscheinlich mit so Bildern was anfangen. Das ist im Prinzip eine grafische Art und Weise, wie ich das Ganze programmiere. Das sind halt auch im Prinzip einfach nur Netze, das sind irgendwelche Schalter. Das kann ich mal zusammenklicken. Anstatt das in Textfile zu schreiben, kann ich es hier klicken. Das ist eine ganz nette Sache, vor allem wenn man kompliziertere Setups hat, ist das sehr hilfreich. Und das Ganze läuft dann auch als Echtzeitkomponente und kann tatsächlich dann die Maschinenbewegung beeinflussen. Auch eine sehr nützliche Sache ist das HAL-Scope. Das ist im Prinzip ein Software-Ozilloskop. Und das kann ich an jedem von diesen HAL-Pins oder HAL-Netzen, die wir eben hatten, anhängen. Und ähnlich wie bei einem echten Oszilloskop dann halt auch Offsets einstellen, Verstärkungen, Zeitbasis und Ähnliches. Und kann mal angucken, welche Signale wirklich in meinem HAL-Layer unterwegs sind. Sehr hilfreich zur Fehlersuche. Extrem hilfreich, wenn man diese PID-Regelschleife von den Servos einstellen will. Für diese PID-Parameter einzustellen, muss man halt genau gucken, wie der Fehler ist über der Zeit und entsprechend die Parameter anpassen. Und hier hat man ein sehr schönes optisches Feedback an der Stelle. Das läuft einfach Echtzeit mit dazu. Ist eine hübsche GUI. Klappt wirklich wunderbar. So, noch mehr Interface-Grams. Es gibt das Python Virtual Control Panel. Setzt auch auf dem TK-Toolkit an. Das ist eine Beschreibungssprache, mit der ich quasi User-Interface-Elemente definiere. Das ist hier mal so eine Übersicht über alle Elemente, die es gibt. Und das User-Interface, das ich mal hier zusammenschreibe, das ist, glaube ich, eine XML-Datei, wo ich das alles reinmache, das generiert mir am Schluss HAL-Pins. Und die kann ich dann nochmal in diesem HAL-Layer miteinander verbinden. Also ich kann mir zum Beispiel hier so eine LED-Anzeige machen, die man dann anzeigt, ob ich einen Limit-Switch getroffen habe mit der Maschine oder nicht. Ich habe zum Beispiel an meiner Maschine so einen 0-100%-Auslastungsanzeiger dran, wie viel Last auf der Spindel drauf ist. Das kann man einfach da sich zusammenschreiben und in das Benutzerinterface mit reinklicken. Das Ganze gibt es auch nochmal, also das ist mehr oder weniger von Hand zu Fuß schreiben, das Ganze gibt es nochmal mit Clate, das ist so ein Interface-Bilder, der auf GTK aussetzt, macht im Prinzip das Gleiche. Noch ein paar andere Beispiele, was man Hübsches damit machen kann. Dann hier nochmal die unteren zwei Screenshots, auch nochmal von der Access-Bedienoberfläche. Hier hat jemand sich zusätzliche Tabs reingebaut, in dem G-Code-Generatoren drin sind, wo er einfach ein paar Parameter eingeben kann, hier im Beispiel für so eine D-Sub-Buchse zu fräsen. Das heißt, er drückt dann ein paar Zahlen rein, drückt auf Los und die Fräse macht das, ohne dass man vorher manuell großartig diesen G-Code programmieren muss. Andere nette Geschichte, die ich hier zeigen wollte, ist Camview. Man kann auch einzig sich noch eine Kamera dran basteln und dann zum Beispiel mit OpenCV automatische Features erkennen und damit die Werkstückposition erkennen und seine Fräsdaten entsprechend transponieren oder anpassen, um exakt auch das Werkstück zu fräsen, ohne es großartig manuell einmissen zu müssen. Das ist tatsächlich ein großes Problem, das man teilweise auf so Maschinen hat, dass das Einspannen vom Werkstück gar nicht so das Trivialste ist und wenn man es einfach irgendwie einspannt und dann mit der Kamera ausmisst, ist es eine nette Geschichte. Oben rechts im Bild ist ein Digital Readout, eine Koordinatenanzeige, die habe ich mal aus so ein paar sieben Segment-Displays zusammengelötet, per USB angeschlossen und dann gibt es entsprechend eine Komponente, die ich für HAL geschrieben habe, die die Daten dorthin schickt. Die lassen sich in Python schreiben, das ist eine sehr nette Geschichte, allerdings ist Python nicht Realtime, zumindest nicht Realtime genug. Dementsprechend lassen sich mit diesen Python-Komponenten nur nicht Realtime-Sachen sinnvoll machen. HAL Input wollte ich noch erwähnen, das ist auch ein nettes Modul. Damit kann man Input-Devices über USB, also Mäuse, Tastaturen, Joysticks, Ähnliches nutzen und die generieren auch direkt HAL-Pins und dann kann man zum Beispiel einen Joystick benutzen, um seine Fräse rumzufahren. Das machen sehr viele Leute. Üblicherweise an teuren PNC-Maschinen hat man so ein Handbediengerät mit vielen Knöpfen, auch immer sehr prominent ein Notaus obendran, das viele tausend Euro kostet. Ich schließe ein Joypad per USB an, tippe ein paar Zeilen und habe dasselbe im Prinzip. Damit bin ich im Prinzip auch schon durch. Ich wollte hier so eine kurze Vorstellung von der Geschichte von der Software machen. Wer hat den Witz mit M2 verstanden? Ha, einer, sehr gut. Ah, noch ein paar. Ja, das war es im Prinzip schon gewesen. Kurzer Überblick über die ganze Geschichte. Gibt es Fragen dazu? Applaus Also die Frage war nach der Aufteilung zwischen Realtime und Usermode. ist es so, dass der HAL-Teil, das sind tatsächlich Kernel-Module, die ich lade. Also wenn ich ein HAL-Modul lade, das Realtime ist, taucht das auch bei LS-Mod auf. Das ist alles Realtime. Damit das Ganze auch klappt, braucht man einen entsprechenden Realtime-Kernel. Da wird standardmäßig der RTAI-Patch für einen Kernel verwendet. Es geht auch, glaube ich, mit anderen Realtime-Architekturen, aber das ist im Prinzip der, der standardmäßig dabei ist. Es gibt Live-CDs auch für dieses Linux-CNC. Das heißt, wer eine Maschine hat, die momentan irgendwie unter Windows mit Mach 2 oder so läuft, Live-CD-Booten ausprobieren, klappt das direkt. Kernel ist halt immer ein bisschen problematisch, weil die Anforderungen an denen relativ hoch sind, damit das Ganze klappt. Ja. Ja. Ja, das ist absolut richtig und genau das passiert auch. Die Maschine steht dann, wenn man so ein O-Code-Kram programmiert. Das wird quasi wirklich zur Laufzeit evaluiert und ausgeführt. Das Ganze. Es gibt keine Zwischenschicht dazwischen. Der G-Code-Interpreter liest die O-Codes und macht was damit. Jetzt aus. Noch Fragen? Ja. Ja, die Frage ist, wann hängt sich die Maschine auf? Also wir gehen einfach mal davon aus, also die Frage war, was passiert, wenn die Maschine in Bewegung ist und die Software hängt? Kann ich so zusammenfassen? Dann hast du ein Problem. Aber dafür macht man das normalerweise so, diese ganzen, blättern wir mal ein bisschen zurück. Na. Da wollte ich hin. Man sieht es jetzt nicht so wirklich super schön. Die ganzen Drives haben üblicherweise ein Amplifier-Enable-Signal. Und das sollte man in Hardware vertraten. Und das mit seinem Emergency-Stop-Button, also dem Notausverknüpfen, und den Limit-Switches. Das heißt, was im Endeffekt passiert, wenn man die Maschine sinnvoll aufbaut, ist, die Software hängt sich auf, falls das passiert, die Maschine fährt unkontrolliert weiter, trifft irgendwann den Limit-Switch und dann löst der Drive-Enable aus und das Ding steht. Das ist die grundlegende Sache, wie man es machen soll. Häufig ist es so, dass gerade bei Maschinen, wo man nur Schrittmotoren dran hat, die haben meistens nur Soft-Limits, also keine Hard-Limit-Switches. Im Prinzip braucht man für jede Achse zwei. An jedem Ende. Das sind dann schon viele Kabel, die man legen muss, die gerade an dem Parallelport nicht mehr dran passen. Hat ja nicht mehr genug Pins dafür zur Verfügung. Was man machen kann, ist, diese ganzen Endschalter einfach in Reihe schalten. Und sobald einer davon auslöst, ist es ja, es interessiert mich ja nicht, welcher. Wenn einer von denen auslöst, ist, was Schlimmes passiert, dann aus. Das geht auch. Da ist noch eine Frage? Normalerweise, wenn man den Schicode dann unbedingt wieder an der Stelle verstanden ist, braucht man auch die Programme, wie in der Welt. Ja, die Frage ist nach CAM-Programmen, mit denen man automatisch den Schicode erstellen kann. Wollte ich ursprünglich als Teil vom Vortrag machen, habe aber festgestellt, das ist auch ein sehr umfangreiches Thema. Tatsächlich ist es so, dass man heutzutage fast nichts mehr von Hand schreibt. Es gibt einfache Dinge, die schreibt man gerne immer noch von Hand. Aber ansonsten mag man ja eine CAD-Zeichnung machen, auf ein paar Knöpfe drücken, Schicode haben und das auf die Maschine laden. Es gibt leider im Open-Source-Bereich noch nicht allzu viele richtig gute Lösungen. Es gibt vor allem nicht so eine Lösung, die alles auf einmal erschlägt. Es gibt, ich kann da vielleicht mal direkt nennen, es gibt halt einfach DXF2G-Code, gibt es mit dem kann man einfach 2D-Grafiken umsetzen. PyCam gibt es, das kann STL-Dateien verarbeiten, macht da dann Waterline oder Dropcutter-Konturen draus, also für 2,5D-Fräsen, klappt damit ganz gut. Dann gibt es noch ein integriertes Package, das heißt Hex-Cum oder Hex-Cut, Hex-Cum, das aber glaube ich vor ein paar Monaten kommerziell geworden ist, man bekommt aber immer noch die Open-Source-Version dazu. Das ist eher so wie ja, Catia, falls das jemand kennt oder da fällt mir kein zweiter Vergleich ein. Dann gibt es noch Inkscape, es gibt tatsächlich ein G-Code-Plugin für Inkscape, mit dem kann man 2D-Dinge verarbeiten. Ja, das sind so die größten, also die sinnvollsten Open-Source-Cum-Sachen, die es gibt. Also, an der Stelle kann ich auch empfehlen, im Linux-CNC-Wiki nachzulesen, da ist eine ziemlich lange List von verschiedenen Kamm-Lösungen, die es gibt. Ja. Man hat sich das vorgestellt, dass sie quasi eine Bewegung hat, dann in zwei Gefällen und zieht das komplett durch. Genau. Und ich glaube, kommerzielle Maschinen machen Folgen, das ist, wenn sie an der Ecke angekommen, fahren die quasi dann mit Teilpreis, mit Radius 0, also wir müssen quasi direkt die Kontur abfahren. Ja, die Frage war jetzt zu dem Motion-Blending, wie man das im Prinzip, also das kommerzielle Maschinen dort auch entsprechende Tricks haben, nicht stoppen zu müssen. Das kann man teilweise auch im G-Code ganz clever lösen. Man kann zum Beispiel wirklich einen Kreis außenrum fahren. Das sieht dann so ein bisschen schleifenmäßig aus, machen jetzt hier keine Tafel. Also im Prinzip, wenn ich so eine Ecke fahren will, dann fahre ich hier runter und fahre hier außenrum so einen Kreis und fahre dann so, weil dann muss die Maschine nicht langsam werden. Das ist teilweise schneller als stoppen. Das kommt aber auch sehr nochmal auf die Anwendung drauf an, was für ein Material bearbeite ich, mit welchem Werkzeug. Das ist eine sehr individuelle Geschichte, die man da hat. Wie bitte? Ja, ist auch eine Sache, die man teilweise macht man ja Sachen mit Schleppmessern, geht auch mit Linux CNC, dann muss man solche Schleifen eigentlich immer fahren an der Stelle. Ich sehe sonst, glaube, keine Fragen mehr hier in der Audience. Dann sind wir, glaube ich, durch. Danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Applaus